Ohne Equipment. Ist das unfair. Wir dürfen das Equipment nicht benutzen. Ich kann nicht, darf nicht. Dafür nehme ich auch das schlechteste Board, was ich habe. Weil... Ah, das kann ich hier nicht benutzen, weil es Level 9 ist. Weil... Jetzt habe ich das schlechteste Board, was es gibt. Das heißt, ich habe die... Ja, ich muss nur mal in einem Überleben-Eventail. Das habe ich noch nie gemacht. Hier. Das ist ein Abzeichen. Ich habe es noch nie gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich dieses... Online ein bisschen scheiße finde. Ich habe noch nie gemacht, aber ich finde es schon mal scheiße. Nee, weil ohne Equipment ist echt grausam. Weil ich muss es jetzt schaffen. Und ich muss jetzt mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ja, schön, aber wird auch noch lustig. Überleben, ja. Sind wir schon mal in einem Sunday Special gefahren. Also gebe ich mir jetzt, ich nehme mir jetzt Zeit, Kinders, das heißt also, ihr könnt schon mal sagen, das Video wird jetzt hier ein bisschen länger. Ach, Jodon Tse. Guck mal, ob wir das so hinkriegen. Ich muss jetzt hier voll konzentriert sein. Weil dann mache ich dieses Rage ziemlich öfter, weil das ist schon recht lustig. Ich habe in meinem privaten Spielstand, also privaten Spielstand, ist ja nicht mehr privat, ist ja, es ist ja nur auf online. Es ist, es ist, äh, 14.000 Meter. Gucken wir das auf jetzt. Nö. Ja. Das ist schon mal Bronze. Das heißt, wir müssen nochmal den gleichen Weg fahren. Ich versuche jetzt hier da ja mal zu machen. Ich muss mir den Weg gleich mal eintreten. Wir haben keine, wir haben keine Panzer, das heißt also, wenn ich irgendwo geknallt, tut es richtig weh. Und ich hoffe, mein, meine A-Familien auf mein Sound-Off, das hat es beim Einmal nicht gemacht. Letzte Chance, ich scheiß auf die letzte Chance. Ich spiele lieber Yu-Gi-Oh, dann bin ich ein letztes Angebot nach vorne. Ich versuche mich nur, warum der Typ, äh, 2000 Meter gemacht hat. Das heißt, er müsste schon ordentlich Schaden bekommen haben, dass er gleich, kommt da gleich eine assige Stelle? Alle? Nö. Okay. Da, Handzüge. Gold haben wir gleich schon mal. Hey, Alures. Da war es ja wieder. Zod Alurel. Das Problem ist, gleich wird es nieblich. Und irgendwann ist das Teil komplett nieblich. Krass. So, wir versuchen jetzt hier Diamonds zu machen, und zwar ordentlich. Wow. Wow. Noch keinen Schaden bekommen, das heißt also, es ist ein sehr, äh, flawless, gerade, sehr flawless. Gut, ich lasse mir auch dabei Zeit, ne? Ganz präzise springen, richtig präzise, das ist ein Springer. Ah, okay, das war so flawless wie... Zwar bis gerade eben flawless, aber jetzt hier auseinanderkommt, jetzt ist es durcheinanderkommt. Einfach ruhig weiterspielen. Du solltest nicht von Lungen unten fällen. Kommt ein Baum, da kann ich drüben durchfahren. Hier kann ich nur drüberspringen. Hier, rechts, links, da lang, hier rüber. Hier am Baum ist scheißegal. Hier kommt der Sprung. Den will ich aber gar nicht nehmen. Okay, cool, läuft. Okay, es läuft, es läuft, es läuft, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt. Im Nebel ist zwar ein bisschen allesartig, aber ich muss mal eben rübergucken. Auf dem zweiten Bildschirm. Zack. Ja, ich muss diese Woche mal ein Special-Video springen. Einfach auf dem Grund. Weil es so ist. So. Das war die dritte Abfahrt. Das war echt eng. Vielleicht steil ich dieses auch raus. Vielleicht wird es ja auch. Das ist auch so ein Shit heute. Vielleicht stelle ich meinen eigenen Rekord auf. Wir haben gut in den Energie geräbt. Konzentration, Konzentration, meine Freunde, Konzentration. Hier muss ordentlich Konzentration her. Jetzt nochmal hier, da ich nochmal die Konzentrationskackhaufen reinpann an. Haha. Okay, jetzt wird es hier schon üblich. Jetzt muss ich schon hier konzentrieren. Dann läuft das. Also, Bremsen. Zack. Du bist fett. Nein. Ich bin nochmal rübergesprungen. Wie der Heli-Fahrer nichts mehr sagt. Ich habe vorhin ja auch schon, egal, als Heli-Schützen bezeichnet. Ah ja, jetzt sagst du was. Das ist also doch noch am Leben. Wupp. Rappstab. Komm schon. Ich habe gesagt, ich versuche die Diamond. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Das wird wahrscheinlich ein eigenständiges Video hier sein. Das wird wahrscheinlich gleich noch ein Baum. Ja, fahren wir lieber vorsichtig. Einmal mehr Bremsen ist wichtiger. Das wird schon länger überlebt. Okay. Okay. Okay, komm. Hopp. Ganz vorsichtig. Hopp. Nein, dies war nicht. Glickle-Sonschein. Über eine Abfahrt. Okay, jetzt kommt die vierte Abfahrt. Duuut. Okay, lauf. Lauf. Hua, zack. Ein Ninja. Falllauf könnte übel enden. Also volle Konzentration. Alles klar. Es wird gleich schon neblig. Das ist gleich richtig drauf. Pass auf. Es wird aber ab einem gewissen Sprung nach neblig. Es sollte immer früher nebeliger werden. Ich muss halt nur konzentriert fahren. Nein. Boah. Es wird schon neblig. Guck. Einfach konzentrieren wir uns. Wir konzentrieren uns hart. Dann kann das hier auch was werden. Okay. Hier oben ist die Luft viel besser. Können wir vorstellen. Hopp. Hopp. Nein. Oh. Die müsste Kopfschmerzen kriegen. Okay. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hopp. Nein. Hopp. Man. Danke. Hopp. Und. Jetzt kommt der Sprung. Wie ich es mir gemerkt habe. Hopp. in der Luft sind sie langsamer als auf dem Boden. Bleib mal stehen. Hast du Angst, dass du was kaputt machst? Ähm. Hast du Angst, dass du was kaputt machst? Na komm, schau und fahr schneller, du Schnecke. Du fährst gleich schneller. Na, warte mal. Du fliegst. Und wie kannst du mich überhaupt sehen? Ich bin, ich bin im Nebel. Ich bin eine Assassine. Da habe ich gefailt eben. Aha. Ein weiterer Schadenspunkt und wir wären tot gewesen. Seht mal, ohne Hände. Ach. Ich habe gesagt, wir machen Diamond. Ministens. Ein bisschen was. Wie hat solche Konzentrationen haben wir? Assassine. Ich habe gesagt was, warum er sich eingelassen hat. Ich habe bis zum Anfang nicht gemerkt. Okay. Krass. Ich darf nur nicht aus der Konzentration kommen. Dann wird alles wunderbar. 10.000 Minimum. Komm. Nein, 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 nein. Oh Gott. Gotcha. Nein, 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 nein. Schön, dass immer alle durch die Mitte fahren und alles Feuer auf Dennis bekommen. Gerade wenn ich bei sowas bin, bin ich ganz vorsichtig. Geil. Bin ich nicht. So. Haben sie aber. Haha, ich kann nur durchfahren. Gehen wir uns hier mal rüberschwenken. So. Okay. Haben wir es geschafft. 10.000 Minimum. Wir versuchen noch. Lass doch fahren. Ich fahre jetzt noch mal mit dem Weg rein. Ich freue mich auf keine große Konzentration mehr. Ich kann nur ein bisschen rüber über alles Mögliche labern wieder. Yes. 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 Ich denke, wir lassen es für heute. Versuchen wir es morgen nochmal. Das war nicht geplant. Na, versuchen wir es morgen nochmal, ja. Oder in vier Stunden. Obwohl, ne, vier Stunden nicht. Ich bin einer mit dem, in den Diamonds. Im Bereich der Diamonds. Aber einer hat ein paar mehr Punkte. Und wir mal, was ist denn das für einer? Italiener. Ah, gut. Herzlich willkommen. Ice of Diamonds. Hat aber nur Platin bekommen. Ja, hier haben wir die Spanierin wieder. Die hat hier wieder Mumuman16. Wie heißt die, wieso heißt das japanisch? Richtig. Französisch. Okay. Schön still. So. Platin. Wir sind in die Gruppe gewechselt. Das heißt also, irgendeiner hat unser. Gold. Woll ich nicht. Hat unser Gold, ähm, unser Diamant runtergezackt. Ist okay. Kriegen wir trotzdem noch 66.666 mehr auf den Zippel. J-E-T-2. Wir machen doch das hier. Oder? Ne. Ha. Ich hab das Game hier bekommen. Haha. Okay, ich will sehen. Ich würde sagen, ähm, das war's erstmal. Vielleicht kommen vielleicht die nächsten Tage ein bisschen mehr SSX. Ein bisschen online mehr Rosen. Wenn ihr SSX selber habt. Und auf Versuche seid. Und auf Versuche seid. Na, vielleicht mal einen Kollegen Sunshine hier. Der, ähm, der, ähm, der, ähm, der, ähm, der, ähm, der oft spielt jeden Tag. Könnt ihr ja gerne. Da, wow, wir haben alle vier gemacht. Schlecht vorbereitet. Ja, vier Abläufe ohne zurück zu spüren. Das hab ich gar nicht gemacht. Das ist mir gar nicht eingefallen. Ich hätte zurückspüren können. Wow. Insgesamt, früher insgesamt 100 Mal zurück. Das heißt, ich hab das echt gut gemacht. Cool. Jetzt hat mir fehlen nur noch einer. Dann hab ich ein komplettes Überlebens geschafft. So, ich würd sagen, das war's aber von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würd sagen, bis dann nach unten rein. Und Cheerio. Stream, äh, PSN ID unten in der Videobeschreibung. Tschö.